herzlich willkommen auf den kanal stando gaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr sehen könnt eine runde fireworks mania ein spiel was ich sehr lange nicht mehr gespielt habe ja ich will auf jeden fall noch mal kurz darauf eingehen vielen dank an die 419 abonnenten jetzt schon ich habe gestern irgendwie keine ahnung wie viele gemacht dann gestern noch die sc 400 erreicht und habe jetzt schon die 420 fast also vielen vielen dank dafür kurs geht raus an euch wir zerstören heute mal ein bisschen hier diese landwirtschaft ja wenn man gerne in den kommentar schreiben wo ihr geboren wurde wo wohnt ihr also jetzt nicht da wo ihr wohnt sondern wohnt ihr auf land oder in der stadt ich wohne auf land aber zieht bald in der stadt ja meine eltern sind aber so wir können hier auf dem workshop gehen und dann können wir hier mal auf dem büller so können wir hier ganz viele sehen ich würde sagen wir machen die matrix warum heißt es eigentlich mal okay und tschüss entdeckung hier kommen wir gehen einfach explodiert hat sich gerade nichts getan ja gut 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 das war zu wenig dann hiervon ein bisschen oh hey wollen wir uns ein bisschen cherries kaufen oder was weiß ich was das heißt englisch naja ich verstehe gerade ernsthaft nicht was das heißen soll also das hier hier sind ja karotten ja kommt auch ein bisschen büller rein so okay machen wir mal ein bisschen hier kein kopf warum habe ich hier eine katze drin um rohre kugelbomben mörser egal okay machen wir noch ein bisschen mehr bilder rein aber hiervon so ich glaube die bilder sind einfach ein bisschen zu klein kann das ein rein auch welche ja perfekt und jetzt mache ich hier eine spur laufen dass das explodiert ja okay ja gut das war dann mal ein einköpsel diese äpfel haben überlebt naja haben war nicht so schön denn jetzt adios amigos okay wie bringt ein bisschen was also ich weiß ja nicht ganz so ob das so sein soll wie es sein oder ist bei der jahle ist alarm es kommt ein notruf an vorher wenn man stando ist unser mann yo wieder 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 ich lösche das mit noch mehr bomben mal gucken oh bitte nicht ah scheiße ich bin aber auch so blöd und tust dann hier rein wird sein dass sich hier gleich einer entzündet ich gehe ein bisschen davon ja alles gut aua aua so zack 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 wow feuerwerk wir springen hier ein bisschen rum und das macht okay ruhig wir sind aber gar nicht fertig hier wir können hier auch mal warte wir können hier mal eine rakete drauf lassen gehen wir hier in den raketen christmas rocket nee noch haben wir keinen christmas christmas so was ist denn das hier wie machen wir das am besten dass das jetzt muss hier irgendwie hoch genau so so kann man das hier nicht äh ey kann man das nicht hier irgendwie drehen äh drehen oh ne das ist zoom drehen aha so bam 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 so machen jetzt hier so eine rakete und hier auch noch kommst du willst da drauf stellen so ja 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 das war jetzt eigentlich nicht so geplant dass es so aussieht aber egal ja steck bitte da naja da passiert nichts mit diesem fuck wann das also passiert nicht so richtig viel mit dem probieren wir mal diese rakete aus machen wir mal das hier so zack 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 hey hallo naja ok irgendwie haben die nicht so wirklich viel kraft ok 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 ich geht nicht geschlagen dafür kommen jetzt hier diese komischen dinger so oh oh hier sind die äpfel gelandet oder was auch immer das sein soll orangen oder so so ich dünge hier ein bisschen das fällt damit das schön weiter wächst ähm das kann ich auch direkt mit düngen düngen so wir düngen hier das schöne feld die vögel sein dass man nicht hier auf essen so ein bisschen düngen damit die tomaten ja auch schön wachsen oder was auch immer das sein soll hier das soll auch schön wachsen ist davon ein bisschen hiervon jetzt ziehen wir das hier ein bisschen nach hinten das wird sich ja gar nicht mit zündet ok wo sind die laut ja die haben jetzt angezündet nein aber nur aber es wird immer noch nichts an der zeit hier mit den riesigen jetzt aber schild sie beschützen mich ich gucke hierzu ja kannst du dich jetzt auch mal entzünden oder ok ok hier vorne ist ja auch eine hilfest ah warum ist die denn ziemlich geschleudert ja so kann man auch mal gemächt ja das fand ich richtig romben alarm Könnt ihr das sagen, aber das ist ja sehr rassistisch, was ich sagen würde. Deswegen sage ich es nicht. Weil ich bin freundlich. Oh. Oh. Okay. Ja, das Feld ist aber sonst noch eigentlich ganz gut. Okay, gehen wir mal ins Haus rein. Moin, wir besuchen euch mal kurz ein bisschen. Hallo. Na, hier ist es aber schön warm drin. Da ist ja kein Problem, wenn ich hier mal ein paar Bomben reinpacke, oder? Das ist ein Aufpassender, dass ich sie nicht entzünden. So, hier. Das ist euer Weihnachtsgeschenk. In drei Monaten haben wir natürlich auch schon wieder Weihnachten. Die Zeit rennt auch wie, keine Ahnung was davon. Ich muss ehrlich sagen, Leute, wir haben einfach schon wieder drei Monate Weihnachten. Was? Wie schnell? Oh. Ist da reingefallen. So. Lalalala. Hallo, lass mich hier hoch. Ah, hier ist ja das Schlafbett. Äh. Schlafzimmer, meine ich. So. Wollen wir noch ein bisschen von den Böllern hier was? Weil die sind natürlich auch noch geil. Doom, boom. So. Das Haus wird gleich hoffentlich nicht mehr da sein. So, hier auf der Treppe kommt auch noch ein bisschen was. So. Zack. Hier auch. Okay. Das war nicht geplant. Hä? Und jetzt kommen die alle. Bam, bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Okay, 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 okay. Ruhig, 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 ruhig. Mhm, 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 mhm. So. Gucken wir uns doch mal das gute Stück hier an. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber ist nichts mehr. Gehen wir hier noch ein bisschen rein und suchen. So. Aua. Ja, das war dann auch mal eins. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Das Bett lebt irgendwie noch. Okay, gehen wir hier mal in die Scheune. Wir machen hier mal ein bisschen was rein. Gucken wir mal, ob das hier auch weg geht. Gut. So. Okay. Ja. Da ist gerade irgendwas eingestürzt. Gut. Äh. Was ist denn das hier? Keine Ahnung, was das sein soll. Oh, das Gewächshaus. Das lebt noch. Nicht mehr lange. So, Gewächshaus. Wie geht's hier eigentlich? War mit mir... War eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Geschäfte zu machen. Ich muss aber leider jetzt los, wenn ich hier rauskomme. Hilfe. Ich bin gefangen. Achso, das ist ein Fenster. Ich nehm. So. Und tschüss. Yo. Wow. Da ist wieder was zusammengebrochen. Ja. Das war doch ein cooles Gewächshaus, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen, mit dem Geschäfte zu machen. Okay. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Vielen Dank an die 420 Abonnenten, beziehungsweise 419. Äh, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hab einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Asanto. Ciao. 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 Vielen Dank.